Hier wieder beim Koali. Wir spielen Magic und zwar hier mit Kythun Eora. Genau, so heißt er. Die Erde bebt und ein widerlicher Verwesungsgeruch steigt in die Nase. Der Schack von Erobors Titan fällt auf dich und die Freischiller. Du hebst dein Speer, der in Sonnenstrahlen treten aus ihm hervor. Der Titan lässt einen furchterigen Kampfschrei los. Du stürzt dich unbewusst auf ihn. Okay. Diesmal kein Skill-Dirx vorher. Okay. Ein bisschen enttäuschend. Ich habe diesen kleinen Übungsroboter ganz schön gemauert. Die Elite vor Hut, wie immer. Unser Standard-Eröffnungsspruch. So. Weiter. Ich finde es schon krass, dass wir immer anfangen dürfen. Wir dürfen noch was spielen. Hier unseren Katzenkrieger. Ob er diesmal auch wieder überlebt? Letztes Mal hat er ja überlebt. Uha! Da kommt eine Hirnmale. Wenn die Hirnmale ins Spiel kommt, zeigt ein Gegner deiner Wahl die Karten auf seiner Hand offen vor und du bestimmst eine Karte darunter, die kein Land ist. Schicke diese Karte ins Exil, bis die Hirnmale das Spiel verlässt. Oh, okay. Was nimmt er dann? Den einzigen Spruch, den wir spielen könnten. Hätte ich auch gemacht, ehrlich gesagt. So, wir spielen aber die Erde rein und geben unseren Kreaturen mehr Angriffs- und mehr Verteidigungskraft und dann greifen wir mit allen an. Entscheide dich, ob du ihn blocken möchtest, Hirnmale. Ansonsten kriegst du sieben Schaden. Er kriegt sieben Schaden. Okay. Wenn du so weitermachst. Oh, sieben gegen einen Schaden. Das Rennen gewinnst du dich. Aber gut. Jetzt wird er wahrscheinlich irgendwas Tolles spielen. Was Krankes. Verzauberte Kreatur erhält Minus 1 Minus 1 für jeden Sumpf, den kontrollierst. Okay, Minus 3 Minus 3, da wird er wahrscheinlich uns den Löwen, äh den Katzenkrieger töten. Ja, und er ist wieder gestorben, Leute. So, für 4 Mana können wir nichts tun. Aber wir können ihm wieder 3 Schaden reindrücken. Bam. Ein Schaden für uns. So, der grimmige Wächter. Immer wenn der grimmige Wächter oder ein anderer Verzauberung unter der Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Okay. Hat er jetzt also auch einen Blocker für unsere Elite vorhut. Und da ist unser Katzenkrieger wieder. Aber den... Ah, ich hätte lieber ein Land gewollt. Gut. Angreifen bringt jetzt nichts, weil der Block ist einfach weg. Von daher spielen wir einfach unseren Katzenkrieger. Und geben in den gegnerischen Zug ab. Ah, jetzt habe ich schon... Was? Ne. Zeig mir, was du bist. Ah, okay. Wir verlieren einen Lebenspunkt. Tragisch, tragisch. Ah, da ist die Ebene, die ich gesucht habe. Gut. Wir werden diesmal mit unserem Katzenkrieger angreifen. Mal sehen, ob er ihn blockt. Ja, er blockt mit beiden. Das heißt, der Katzenkrieger wird sterben. Aber er wird auch einen von den grimmigen Wächtern töten. So, und dann spielen wir den Doppelschlagflieger. Den spielen wir erst später. Und damit der Doppelschlagflieger stärker wird. Also ich hoffe, dass der gegnerische Zug überlebt. Jetzt schon 3-3. Das ist schon ordentlich. Macht 6 Schaden, wenn er angreift. Der Gegner scheint nichts dagegen zu haben. Deswegen spielen wir jetzt den anderen Flieger. Diesmal Pre-Combat, weil der bringt ja so eine Marke mit. Legen wir auf unseren Doppelschlagflieger. Und wenn er jetzt keine Karte hat, die... Was gegen unseren Flieger macht. Dann ist er tot. Doppelschlag 4-4. Aber er hat eine Karte. Eine Kreatur, der in der Wahrheit minus 4, minus 4 bis zum Ende des Zuges. Ach, schade. Okay. Arme Flieger. Na gut. Matchball 1. Versaut. Was kommt da? Immer wenn der Gigant oder eine andere Verzauberung ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die deinen Gegner kontrollieren. Minus 1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Das wird ihm nicht groß helfen. Momentan zumindest nicht. Also wenn er jetzt gleich zwei Verzauberungen spielt, dann ist das natürlich doof. Weiter. Wir greifen mit dem Flieger an. Mit dem Grund-Boden-Typi hat das keinen Sinn. So. Und dann spielen wir noch den Adler der Wache. Und sagen ihm, hey. Tu mal was. Sonst bist du in der nächsten Runde tot. Okay. Eine Verzauberungs-Kreatur. Das heißt, minus 1, minus 1 bekommen alle. Aber das ist egal. Und wir verlieren einen Lebenspunkt. Das ist auch relativ egal. Und immer wenn ein Furchtmüller oder ein Furchtmüller ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur eine Einschüchterung bis zum Ende des Zuges. Ja, das ist auch egal. Ich werde wahrscheinlich auch den machen. Einschüchtern heißt, dass ich den nur mit schwarzen Kreaturen blocken kann. Aber soll er mich halt angreifen? 4, 5, 6 Schaden. Egal. Einen Mana hat er noch offen. Und ich glaube, es gibt nicht so viel, was für einen Mana zwei fliegende Kreaturen tötet. Ja, das dürfte der Sieg sein. Win! Sehr schön. Sehr schön. Spielfeld betrachten. Ah, schön. Okay. Weiter. . Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020